Und damit wieder ein recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu Khoros. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, das freut mich sehr. So, wir sind im letzten Part stehen geblieben, als ich super skillig gegen eine Wand geflogen bin. Und zerplatzt bin. Dann machen wir jetzt auch weiter. Genau. Wir sind jetzt wieder mal hier die kleinen Viecherschöns wegdingsen. Möglichst ohne diesmal gegen eine Wand zu fliegen. So. Und da unten ist der dicker, ne? Okay. Oh, den mal wieder fertig gehen. Und da fliegen wir gleich nochmal durch. Wunderbar. So, dann fangen wir mal die kleinen. Oh, wo musst du denn, ey? Frage mal. Komm her. Ja, das wurde wirklich Zeit. Okay. Aber das auch. Okay. Seeker, wir sind in Ihre Debt. Bitte, accept das. Danke. Und bitte, continue hosting diese Debatte. Ja, Seeker, wir werden. Goodbye. Let's listen on our way out. Opening channel. Of course. I'm equally concerned about her methods. She's the cult slayer. A murderer. And as such, she will eventually answer for her crimes. Okay. Enough for now. Enough discord. It's not pleasant. But it's promising. Cool, cool, cool. Wir haben auf jeden Fall jetzt gerade wieder eine neue Waffe gekriegt. Eine Gatling. Todesauer haben wir gerade aktuell. Oh, 4,4 Schaden. Feuerrate ist niedriger. Überhützungszeit. Ach so, das ist wieder so ein One-Shot-Teil, ne? Aber macht auch wesentlich mehr Schaden wieder. Gucken wir mal kurz. Äh, nein. Nehme ich nicht. Finde ich jetzt nicht so toll. Ich wieder mehrfach drücken muss und so. Mal hier 4,4 Schaden weniger. Das ist schon okay. Passt. Behalten wir so. Gut. Dann Missionen ist technisch. Ähm, Topferkett. Ja, das sind die Story-Missionen. Wir wollten aber... Aber jetzt müssen wir nochmal in die Felder. Oh, das ist ja doof. Okay, wir fliegen nochmal zu den Feldern. Ich glaube, das andere war auch in den Feldern, oder? Dann passt das ja. Ja, das andere war auch in den Feldern. Gut. Dann machen wir das hier. Dann kommen wir zufällig noch am Hangar vorbei. Okay, dann können wir noch schnell. Hm. Hm. Nara. A defector ist fleeing Nimika. Aber die Cyris Legion hat eine Verwärtsung. Eine von deinen Spiegel. Ich habe nur eine Verwärtsung an Admiral Cardell. Ich verstehe. Ich bin Nara. Ich brauche einen Schaden. Ein Seiker? Ich könnte eine Chance, nachher. Meine Schaden ist verletzt. Und die Gathe in der Gathe ist mein einzig Weg. Ja, machen wir noch schnell. Eigentlich würde ich kurz in den Hangar. Okay, jetzt diskutieren wir die wieder sonst wohin und dann komme ich wieder nicht zum Hangar rollen. Ich habe hier alle Turrets zunichten. Wir sind... 60% getötet. Los geht's. Forza. Keep going. Time to... Never give in. One turn left. All clear. Okay, that was easy I thought. We need to take care of them. Thank you. Peace. They're done. Let's check in with the Defector. Heading towards the shop gate now. Approaching the Defector. Traitor. All the surrender. They start there. They're not going anywhere. As a keeper, I'm obliged to protect everyone under my care. No! This woman must burn! Defector! The dump gate to place. I'll disable them. Be it. We don't know if you're protected. She isn't just the heritage. She isn't just the heritage. Damaged. Damaged. The enemy is dead. There's anything else. But there's nothing else. I can't remember. Let's get to. Das ist ja einfach verpissed. Galvanisierung. Gucken wir uns kurz an. Galvanisierung. Nicht hier. Da oben. Jetzt haben wir die Stabilität des Schildes um 40, würde ich ja mehr Schaden abwirkern. Okay. Galvanisierung stärkt den Ruf des Schiffs um 250. Oh nö. Wir bleiben bei stärkeren Schäden. Wir wollten aber noch schnell das mit dem Hangar machen. Erstmal wieder gucken wo der ist. Da ist er. Dann muss ich natürlich erstmal wieder finden. Da. Dann graden wir Schild und Rumpf ein bisschen ab. 2.300. Nehmen wir. Und Schild. Warum nicht? Höchster Rang erreicht. Okay. Das ist scheiße. Na ja gut. Jetzt gucken wir mal was wir hier noch an Waffen kaufen können. Nehmen wir Kralle. Okay. Hier haben wir ja schon. Laser. Da haben wir schon. Besten. Geht wahrscheinlich auch ne. Ja ja. Sonst alles das Beste. Alles klar. Dann kommen wir hier wieder raus. Wenn wir nur den Rumpf verbessern können. Aber ich dachte das steht auch noch. Da stand auch größten Rang. Hm. Na gut. Dann bleibt es halt so. So. Dann gehen wir wieder in die Mission. Dann machen die in die Mission. Und wir müssen noch. Und jetzt wieder zum Sprungtor. Dann fliechen wir da mal hin. Sonst gab es hier nichts weiter oder? Wir sind fast schneller als der Scanner. So. Hier gibt es wieder Credits für mich. Hab ich schon gehört. Hier geht's wieder. Hier geht's gut. Und dann fliegen wir mal wieder zu den Knopffeldern. Hallöchen. Wir machen erstmal eine Nebenmission. Hat es hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Hier gab es allgemein sehr sehr wenig. Ich habe mich schon gewundert, warum das so ein kleiner Sprott ist. Aber hier muss man einfach nur wegen Parmesan öfter mal hin. Ich habe einen Blick. Ich habe einen Blick. Wir befinden uns jetzt von Awan. Ich bin gespannt, sein Schiff ist nicht armiert. Awan, immer so viel Spaß mit großen Gestern. Er glaubt dir. Awan, wo ist Acolyte Serene? Sie hat nicht gesagt, sie hat nur ein paar Koordinaten. Sind Sie bereit, Nora? Das ist wirklich bereit. Ja, ich zeige, wenn es notwendig ist. Es ist nicht weit. Du glaubst sie nicht. Sie manipulieren diese Kinder. Sie beschwingt sie blinde, zu töten jemandem loyal zu der Propheten. Die Korrupten. Das ist genau das, was wir in unserer Zeit gemacht haben. Ich weiß. Serene, komm in. Bitte. Ohan? Ich habe auch einen meiner Disziplinen gebracht. Es ist der junge Disziplinen, den wir früher geholfen haben. Acolyte. Hat er dich nicht zu verlieren? Er ist nur ein Junge, der ein Fehler gemacht hat. Und er hat mich nicht zu lieben, während des Tests. Aufmerksamkeit, Zirkel-Fantoms. Das ist dein letzter Test, Disziplinen. Okay, zwei Balken. Okay, zwei Balken. Das ist Wahnsinn. Disziplinen, retreat. Nein, attack! After him, quick! Disziplinen, stop! Whoa, they all deserve to die. I saw the same. Holy, the constant. But you mustn't die here. Now, bear on. Okay. Okay. Damn. But now. Be right. Nora, we're under heavy fire. Help us, Nora. Was mach ich denn gerade? Oh, was? Fünf Sekunden, wie soll ich denn das denn machen? Fünf Sekunden. This is your final test, Disziplinen. Death to the corrupted! Swing. This is madness. Disziplinen, retreat. No, attack. After him, quick! Disziplinen, stop! Whoa, they all deserve to die. I feel the same. Oh, we're not dying here. Now, bear off! Okay. Damn. What the hell? It's all right. Nora, we're under heavy fire. Yup, we're on the way. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Hang in there! Let's go! Let's go! Harr deficient? Hast du immer wieder zurückkehren im Antar'dal? indeed Okay, den ersten haben wir. So, crush den jetzt gegen den anderen? Ja, lol. Sie haben immer geholfen. Rila, warte. Der Void. Wie kommt sie? Sie ist in der Void. Lass sie gehen. Wir müssen auf Serene. Sie war stark. Acolyte Serene. Meine Diszipläne. Ich lasse sie. Ich lasse Sie. Serene, du musst nur aufhören. Nein, Awan. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Und sie sind corrupt. Profit. Du kannst du nicht aufhören. Ich wusste, du wirst du verstehen. Ich lasse Nimmika. Und schaue Rila. Sie ist nur eine Frau. Aber diese Fähigkeiten. Wenn das dein Weg ist, dann gehen wir. Goodbye, Awan. Nara. Ich verstehe sie. Ja. Aber du wirst recht aufhören. Ich weiß. Hier. Geh das. Danke. Entdecken. Entdecken, guck ich mir natürlich sofort an. Boah, ein bisschen mehr. Weniger Feuerrate. Auf Lade Tempo. Testen wir mal. Gibt es ja die Gläser so gut wie kaum. Das ist nur ein Schuss. Nope. Den brauchen wir dann aber nicht. Dafür haben wir unser Ritual des Sturms. Kriege ich den hier besser. Der ist geiler. So. Dann haben wir es jetzt eigentlich, ne? Ja genau. Keine Nebenschen mehr. Jetzt nur noch die Story Mission. Dem wir uns jetzt widmen müssen. Aber das schaffen wir leider nicht mehr in diesem Part. Also würde ich schon mal sagen. Okay, warte. Wir haben keine Realität. Faceslösen. Ja, wir müssen uns rüber. Da. Die Faceslösen sind unsere Realität. Aber du kannst die Rupf. Ja, aber wir müssen rüber. Ich muss zu nahe genug zu all diesen. Es funktioniert. Ich habe die erste Rupf. Vierze. Ich habe den zweiten. Wir müssen rüber. Die andere habe ich nicht gepackt. Aber wüscht. Gleiches. Und wieder was Schönes für mich. Sehr schön. So, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Damit sind wir am Ende eines Parts. Und den Rest machen wir wieder in den nächsten Parts. Oder Part. Ich danke euch also wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderhübschen Tag. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn wir die Story Mission vorantreiben. Vielen Dank. Haut da rein.